Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die... Jetzt habe ich das Mikro angefasst. Ich glaube, das war dumm. Entschuldigung. Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Wir begrüßen Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer wöchentlichen Datenschutz-News. Wir haben heute Freitag, den 13. Oktober 2023. Mein Name ist Laura Droschinski und an meiner Seite begrüße ich Gregor Wortberg. Hallo lieber Gregor. Hallo Laura. Wie geht es dir? Gut und mir ist bisher noch keine schwarze Katze über den Weg gelaufen, von daher habe ich heute vielleicht doppelt Glück. Glück ist vielleicht nicht ganz das richtige Stichwort, aber Erfolg. Ich glaube, ihr habt ganz schöne oder du hast ganz schöne Nachrichten aus dieser Woche noch mitzubringen. Ja, auf jeden Fall. Wir waren vertreten oder wir waren sogar Partner von der Bitkom Privacy Konferenz diese Woche in Berlin. Und Heiko Gossen und ich, wir haben einen, wie ich finde, ganz schönen Workshop gemeinsam gehalten mit interessierten Teilnehmerinnen, und die Nachfrage war auch sehr gut, was uns natürlich wie gesagt im Nachhinein sehr, sehr freut. Und zwar ging es um das Thema der Überwachungs- und Kontrollaufgaben eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Und weil es so erfolgreich war, freue ich mich jetzt hier verkünden zu dürfen, dass wir genau diesen Workshop oder besser gesagt dann das als Webinar nochmal anbieten möchten. Allen interessierten, ja, Kollegen, Datenschutzkolleginnen und Kollegen da draußen, würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Wir haben das Webinar nun geplant für den 25. Oktober diesen Jahres um 17 Uhr. Wer Interesse hat, sich zu dem Thema zu informieren, also im Detail geht es beispielsweise darum, welche Rollen bei der Überwachung wem zukommen können, aber auch welche Pflichten genau beim Datenschutzbeauftragten liegen, wie beispielsweise ein Überwachungskonzept aussehen kann, aber auch ein Datenschutz-Auto-Programm, das sehen wir uns auch gemeinsam an. Also wer dort Interesse hat, kann auf migosens.de im Bereich der Akademie gerne uns eine Anmeldung da lassen. Eine Teilnahmegebühr beträgt lediglich 49 Euro und wir freuen uns natürlich sehr, wenn wir auch Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts dort begrüften können. Ganz genau, das kann ich nur so unterschreiben. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Hör ich selber mal mit rein. Freue ich mich sehr. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir mal in einen kurzen Themenüberblick, was unsere Hörerinnen und Hörer heute erwartet. Gehen wir quasi in Medias Res. Oh, können wir das auch mal wieder anbringen hier. Ich habe in dieser Woche auch wieder ein paar Themen mitgebracht und zwar hat es einen Datendiebstahl gegeben bei einem Anbieter für Genanalyse. Zwei amerikanische Unternehmen erweitern ihre Dienstleistungen in der EU und ein Bußgeld für ein kroatisches Inkasseunternehmen mit deutscher Muttergesellschaft, habe ich mitgebracht. Hört sich spannend an. Ich habe mitgebracht ein Urteil zu einer Videoüberwachung auf einem Weihnachtsmarkt, dann eine nicht so schnelle Beantwortung einer Auskunft bei einem Streaming-Anbieter und weiter geht es dann bei mir nochmal zu einem Update zum Sparpreis-Sicket der Deutschen Bahn. Darüber habe ich ja vor zwei, drei Wochen, ich glaube zwei Wochen berichtet. Genau und noch zwei Lesetipps habe ich auch noch in meinem virtuellen Koffer. Oh, den will ich natürlich auch nicht vergessen. Einen habe ich mitgebracht. Einen hast du mitgebracht. Ja, super. Ja, dann starte doch mal mit deiner ersten Nachricht, Gregor. Ja, ich hatte schon gesagt, Datendiebstahl bei einem Genanalyse-Dienstleister. Was steckt eigentlich dahinter? Der Dienstleister 23andMe bietet an, dass man sein eigenes Genmaterial quasi analysieren kann, um dann anhand dieser DNA-Proben Verwandte zu finden. So, a la bitte melde dich oder so, sonst lasse ich raus. Nein, tu es nicht. Also unterm Strich, damit sich natürlich jemand meldet, um das vielleicht nochmal aufzugreifen, kann man sich vorstellen, dass dann natürlich einiges an Daten, auch gerade sensiblen Daten dann erhoben wird. Und was ist da jetzt passiert? Also bereits in der vergangenen Woche hatte das Unternehmen über diesen mutmaßlichen Datenverlust berichtet und sagte erstmal, dass die Ursache das sogenannte Credential Stuffing sei. Also das Ausnutzen von erbeuteten Passwörtern, welche von Nutzern auch an anderer Stelle dann eingesetzt werden. Und allerdings hat sich jetzt herausgestellt, dass das Ganze ein bisschen größeren Umfang hat. Es sind nämlich nicht nur die Kunden betroffen, die ihre DNA-Ergebnisse für die Suche nach Verwandten freigegeben haben innerhalb der Plattform, sondern auch die Profile eben dieser Verwandten. Und dementsprechend steigert sich da auch die Anzahl der betroffenen Personen. Und mein Vielfaches sind wohl eine gute Million an Datensätze, bestehend aus Namen, Profilbilder, Geburtsdatum und insbesondere halt den DNA-Ergebnissen aus der vorangegangenen Analyse. Betroffen sein sollen rund eine Million Nutzer mit aschkinasischen Wurzeln sowie gut 100.000 Chinesen. Alleine, gut wenn man die Anzahl sieht schon mal sagt, lässt natürlich auch Zweifel an der Version des Dienstleisters aufkommen, dass das nur mit erbeuteten Passwörtern möglich ist. Das Unternehmen gab bekannt, dass die eigenen Systeme mehrfach zertifiziert seien und die Ursachenforschung aber noch andauere. Also recht spannend, derweil hat dann auch TechCrunch berichtet, dass das entwendete Material offenbar bereits schon vor zwei Monaten in einem Cybercrime-Forum zum Verkauf angeboten wurde und es gut 300 Terabyte an Kundendaten seien, die abgegriffen wurden und für schlappe 50 Millionen US-Dollar würde es dann noch genau einmal nur verkauft werden. Und dabei wurde dann als Beweis für die Echtheit der Daten dann die Profile von den Gründern unter anderem mit veröffentlicht. Dabei ist dann auch der Ehemann einer Gründerin, das ist der Mitgründer von Google, finde ich auch ganz interessant, wer da alles so dann mit zusammenhängt. Erste Empfehlung der Plattform an die Nutzer, Passwort ändern. Bringt die Daten jetzt nicht wieder, aber finde ich super. Ja besser als nichts, sagt man da glaube ich, oder? Ich glaube auch als vielleicht grundsätzliches kann man damit natürlich rausnehmen, dass man nicht ein Passwort für mehrere Plattformen benutzt, die man im Internet nutzt und da immer schön verschiedene Passwörter nutzen, Passwortmanager einsetzt, um sich da möglichst gut auch abzusichern. Das definitiv. Obwohl ich jetzt ja auch echt überrascht bin, um wie viele Datensätze es hier geht. Das scheint ja echt ein Markt zu sein, diese Datenanalysen. Ich kenne das gar nicht so, aber anscheinend schon. Ja, vielleicht müssen wir das auch mal machen, vielleicht haben wir ja auch irgendwelche Aschkinianischen Wurzeln. Das will ich nicht ausschließen. Ich habe heute als erste Nachricht ein Urteil mitgebracht vom Verwaltungsgericht in Hannover. Die haben am vergangenen Dienstag, am 10. Oktober geurteilt und zwar zu einer Rechtmäßigkeit einer Videoüberwachung auf dem Weihnachtsmarkt in Hannover im Jahre 2022. Laut Gericht war diese Videoüberwachung laut dem niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetz gerechtfertigt. Was war letztes Jahr passiert? Vier Videoüberwachungsanlagen waren dort installiert und es gab einen Kläger, der eben sein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt sah. Das Gericht gestand ihm dies auch zu, also hat hier nicht widersprochen. Allerdings hat die Polizei eben Statistiken vorgelegt und konnte nachweisen, dass es sich um eine erhöhte Gefahr, dass es sich um eine gehörte Gefahr handelt für Straftaten und Ordnungswidrigkeiten und eben eine abstrakte Gefahr eines terroristischen Anschlags, da der Weihnachtsmarkt aufgrund seiner Symbolträchtigkeit und Bekanntheit der besonderen Lage auch hier durchaus Ziel eines Angriffes sein kann. Zwar äußert das Gericht, dass die Videoüberwachung unter Umständen den terroristischen Anschlag an sich eben nicht verhindert. Allerdings gibt es halt die Chance Vorfeldaktivitäten zu entdecken und sieht auch für die Polizei keine besonders anderen datensparsameren Alternativen. Also es wurde auch eindeutig gesagt, dass halt die Polizeipräsenz vor Ort keine Alternative darstellt, um in solchen Maß auch die Gefahr abzuwehren oder sei weniger effektiv. Und insbesondere auch, weil die Videoüberwachung technische Möglichkeiten bereit hielt, wie halt Zoom und Aufzeichnen, was natürlich bekannterweise Menschenaugen noch nicht möglich ist. Und ich will mich darüber gar nicht so lustig machen, aber das Gericht hat zum Beispiel auch der Videoüberwachung aus datenschutzrechtlicher Sicht Gutes zugesprochen, nämlich beispielsweise, dass für die Besucher diese Videoüberwachung hinreichend erkennbar war, obwohl diese hoch angebracht waren, gab es in ihren Augen genug Schilder. Und auch gab es wohl im Vorfeld öffentliche Pressemitteilungen dazu. Also Weihnachtsmarktbesuchern war es durchaus auch möglich, diese Informationen zu erhalten, dass es eben hier zur Aufzeichnung kommen kann und zur Überwachung oder kommt, nicht kann. Wer sich jetzt so ein bisschen an vorherige Gerichtsurteile erinnert, da hat ja schon mal das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg beispielsweise auch in Hannover geurteilt, dass Plätze dort nicht wieder überwacht werden. Da war aber eben der kleine, aber feine Unterschied, dass es hier eben keine Hinweisschilder gab und dass den Bürgerinnen und Bürgern hier nicht bewusst war, dass Videoüberwachung eben dort stattfindet. Also deshalb war das jetzt letztes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt rechtmäßig. Ob das dieses Jahr auch so sein wird, dazu gab es jetzt noch keine Stellungnahme, aber ich denke mal aufgrund dieser Begründung wird es ja wahrscheinlich naheliegend sein, was hat sich sonst zuletzt mehr geändert. Also mal wieder finde ich eine ganz spannende Herleitung zum Thema Interessenabwägung und ob es denn auch den Zweck erfüllt, den man dann avisiert. Aber es zeigt auch eine gewisse Lernkurve, oder? Ja, ich finde das gut. Also ich finde es auch richtig gut. Also ich meine, da große Schilder aufzuhängen und das bewusst zu machen. Ich glaube, man konnte ja sogar die Standorte der Kameras einsehen auf der Webseite der Polizei. Also wo genau wirklich überwacht wird, finde ich dann schon eine transparente Geschichte. In meiner nächsten Nachricht, kurz ein Cut würde ich mal sagen, Themen-Break vielleicht, gehen wir mal ganz woanders hin. Und zwar wir kümmern uns um Cisco und um Google. Cisco kündigt nämlich für seine Software WebEx an, dass man die sogenannten Sovereign-Controls für europäische Kunden nun auch in der Europäischen Union hosten kann. Und zwar wird da mit der Telekom unter anderem und Eviden, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, kooperiert, dass dann bei diesen beiden Unternehmen die kryptografischen Schlüssel für Informationen in Meetings, Nachrichten und Anrufen dann verwaltet werden und gehostet werden können. Außerdem hat Google eine Milliardeninvestition in Deutschland getätigt. Wahrscheinlich schon vor ein paar Jahren auf jeden Fall wurde jetzt nämlich das neue Datenrechenzentrum, Cloud-Rechenzentrum in der Nähe von Frankfurt eingeweiht, 20 Kilometer vom Internetknoten DECIX entfernt. Und das ist dann auch ein weiterer Schritt von Google in die EU. Bisher wurden nämlich die Rechenzentren anscheinend nur gemietet in der Nähe von Frankfurt und in Amsterdam. Von daher ist ja auch ein unternehmensseitiges Feedback, sich für die EU weiterhin zu entscheiden. Genau. Und aus datenschutzrechtlicher Sicht sicherlich zu begrüßen. Absolut. Ich habe eine Nachricht mitgebracht von Neub aus Österreich. Diese haben jetzt auf ihrer Internetseite über ein, ja wie ich finde, ja ganz, wir haben hier noch nicht darüber berichtet, aber sie haben das jetzt nochmal aufgegriffen. und zwar ein sehr langes Auskunftsbegehren bei DAZONE, bei dem Streaming-Anbieter, der ist ja doch schon recht bekannt. Und zwar hat es jetzt fast fünf Jahre gedauert, bis die Rechte der betroffenen Person erfüllt worden sind. Das ist ja recht ordentlich. Das ist ja nichts Neues, dass Neub immer mal wieder kritisiert oder sie halt eben die Durchsetzung von Datenschutzrechten in der Praxis als sehr herausfordernd ansieht. Und haben jetzt nochmal den Fall von DAZONE halt eben aufgegriffen. Sie sagen aber selber, es ist halt kein Einzelfall. Aktuell liegen bei ihnen noch über 400 Fälle, die seit über zwei Jahren aufgeklärt werden müssen in ihren Augen. Aber in dem vorliegenden Fall war es so, dass im Januar 2019 bereits Beschwerden eingegangen sind, dass Auskünfte nicht ausreichend durch den Streaming-Anbieter beantwortet wurden. Und hier hat sich Neub mit eingeschalten und dies halt eben unterstützt. Und da eben die dort sitzende Datenschutzbehörde in Österreich nicht tätig geworden ist, ist es jetzt bis zum österreichischen Bundesverwaltungsgericht gegangen. Das hat aber auch so lange gedauert. Und es gab jetzt zuletzt wirklich eine gerichtliche Anordnung, dass die Daten herausgegeben werden müssen. Finde ich immer ganz, also extrem auch zu sehen, wie lange so ein Unternehmen es dann doch rauszögert. Mich würden natürlich die Gründe interessieren, wieso, weshalb, warum sowas dann, warum man sich so lange dagegen entscheidet. Ja, aber wer hier ein bisschen an Details interessiert ist, und das fand ich eigentlich ganz spannend, dass Neub die Chronologie diesen Fall ist. Also wann wer kontaktiert worden ist, welche Anordnung es wann gab, wie das Verfahren gelaufen ist, das kann man alles auf der Internetseite einsehen. Also ich finde, da hat sich auf jeden Fall ein kurzer Blick mal rein gelohnt, mit doch wie viel Aufwand die doch hier die Betroffenen unterstützen. Ja, wirklich interessant zu sehen. Echt schön. Jetzt können wir gleich das Phrasenschwein für das Wort interessant wieder aufmachen, wenn wir wieder bei dem Trinkspiel. Richtig. Dann habe ich noch ein spannendes Bußgeld mitgebracht, um direkt weiterzumachen, und zwar aus Kroatien, gegenüber dem Inkasso unter dem EOS Matrix, Tochter der hamburgischen EOS Holding GmbH. Und zwar beim ersten Durchlesen denkt man wieder, ach ja, der verflixte USB-Stick, der gefunden wurde. Dementsprechend nicht ganz gefunden, aber per anonymen Hinweis an die Datenschutzaufsichtsbehörde in Kroatien übermittelt. Und zwar wurde via diesem anonymen Hinweis ein USB-Stick mit gut 180.000 Datensätzen zu eben 180.000 Schuldnern bereitgestellt. Und daraufhin stellte die Aufsichtsbehörde dann mal ein paar Untersuchungen an. Ich meine, bei dem USB-Stick hat man ja schon mal auf jeden Fall den Verstoß gegen Artikel 32 relativ sicher, wenn da die Daten sind. Dementsprechend ist das Bußgeld auch dahingehend schon mal begründet. Darüber hinaus, neben diesen fehlenden technischen Schutzmaßnahmen, wurden halt auch noch Daten gefunden, die ohne Rechtsgrundlage verarbeitet worden sind. Darunter auch gesundheitsbezogene Daten oder halt auch Gesprächsaufzeichnungen von gut 50.000 Befragten, welche ohne Rechtsgrundlage aufgezeichnet worden sind. Informationspflichten, denen ist natürlich auch da nicht richtig nachgekommen. Und das Ganze ist dann gute, umgerechnet 5,5 Millionen Euro wert an Bußgeld. Ordentliche Höhe. Aber für die Litanei an Rechtsverletzungen? Sicherlich vertretbar. Sicherlich vertretbar. Mir fällt jetzt keine gute Überleitung ein, wie so oft, aber... Wollen wir auch keinen Preis für gewinnen. Wollen wir auch keinen Preis für gewinnen, denn die würden wir auch niemals gewinnen. Preis ist aber ein gutes Stichwort. Das Sparpreisticket der Deutschen Bahn. Ich zieh durch. Gregor, ich zieh durch. Ja, bitte. Wieder zum Ernst der Lage. In der vorletzten Woche, ich hatte es jetzt zu Beginn schon mal gesagt, hatte ich ja darüber berichtet, dass eben seit diesem Monat es eine sozusagen Datenpflicht bei der Deutschen Bahn gibt. Nämlich immer dann, wenn man im Reisezentrum ein Sparpreisticket kaufen möchte, ist es nun gezwungenermaßen notwendig, Namen, E-Mail-Adresse oder eine Mobilfunknummer anzugeben. Anders funktioniert es eben nicht mehr. Und jetzt hat sich der hessische Beauftragte für den Datenschutz zu Wort gemeldet, dass er bei diesem Vorhaben nicht eingebunden war und dass dieser jetzt geprüft wird. Man sagt, ja, was ist das jetzt eine Nachricht, die wir werden in den Datenschutz-News? Ganz witzig, weil die Deutsche Bahn hat es halt bei der letzten Pressemitteilung bestätigt, dass ja so Vorhaben immer im Vorfeld mit der zuständigen Aufsichtsbehörde abgestimmt werden. Deshalb hier der Hinweis, dem sei wohl nicht so, das muss wohl richtig gestellt werden. Und deswegen auch hier, ich bin gespannt, Lieblingswort wieder, aber ich bin wirklich gespannt, ob da noch was nachkommt. Wahrscheinlich wettestens nächstes Jahr im Tätigkeitsbericht von diesem Jahr wird wahrscheinlich der hessische Beauftragte eben dazu wahrscheinlich Stellung beziehen, wenn nicht sogar mehr daraus folgt. Gehen wir schon fast fest davon aus, dass nicht das letzte Wort gesprochen ist. Ja, richtig, ja, vor allem wenn er das jetzt schon so öffentlich macht, dass er den Sachverhalt prüfen wird, dann wird es ja wahrscheinlich auch dazu nochmal ein Ergebnis geben. In welcher Richtung auch immer. Ganz genau. Ein neues Informationsangebot gibt es vom Bundesdatenschutzbeauftragten, vom BFDI. Ist jetzt, und damit bin ich dann auch schon bei meinen Lesetipps angekommen. Klammheimlich. Klammheimlich, habe ich einfach so eingeschmuggelt. Und zwar führt der BFDI natürlich auch regelmäßig Kontrollen durch bei kleinen und mittleren Postdienstleistern. Um die soll es nämlich gehen. Und in dem Zusammenhang wird halt immer wieder ein erheblicher Informationsbedarf zum Thema Datenschutz festgestellt. Und um dem so ein bisschen Folge zu leisten und da schon mal vorweg Informationen zur Verfügung zu stellen, wird ein Flyer veröffentlicht, Datenschutz und Postdienstleister. Der gibt halt nochmal ein paar praktische Hinweise und Antworten zu Fragen, was muss ich als Postdienstleister im Datenschutz beachten. Und braucht mein Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten? Das, den ganzen kann man runterladen oder sich auch bestellen. Ganz, auch so, auch als Postdienstleister oder nicht. Eine schöne kleine Übersicht. Was ich in dem Zusammenhang total erstaunlich fand, dass es laut diesem Flyer 60.000 Postdienstleister geben soll. Ich finde es ja irre, was sind das denn alles für, also es ist ja unfassbar hohe Anzahl. Diese kleinen, also ich mache mich jetzt selbstständig und habe einen Van und verteile Post. Ja, muss ja. Aber also ich war total überrascht. Die Anzahl ist schon echt enorm, ja. Jetzt schau mal vor, die halten sich alle nicht an Datenschutz. Da hat es ja schon Beispiele von gegeben, auch bei größeren Postdienstleistern. Ja, okay, dann habe ich, genau, Lesertipp mitgebracht. Einmal eine Stellungnahme oder besser gesagt ein Gastbeitrag bei Heise im Laufe der Woche. Der geschrieben wurde von den Datenschützern Marit Hansen, dem BFDI Ulrich Kelber und Alexander Rossnagel. Einen ganz schönen Artikel, wie ich finde, die sich nochmal, nicht nochmal, sondern die sich gemeinsam dem Thema Datenschutz und Datennutzung und dem Widerspruch darin widmen wollen. Also inwieweit halt eben, oder besser gesagt, dass es hier auf jeden Fall im Datenschutz weiter genug Möglichkeiten gibt, um Bürgerinnen und Bürger auch eben im digitalen Umfeld zu schützen. Sei es mit ausreichend technischen und organisatorischen Maßnahmen, für uns glaube ich alle nicht neu, Anonymisierung, Pseudonymisierung, dass das alles miteinander vereinbar ist. Und dass nicht gleich jedes Projekt zum Scheinern verurteilt ist, nur aufgrund des Datenschutzes, sondern dass es hier durchaus Möglichkeiten und Methoden gibt, um auch innovative Methoden durchzubekommen. Ich finde eigentlich ganz schön, dass die Aufsichtsbehörden aktuell auch so einen proaktiven Ansatz fahren, auch um immer wieder zu unterstreichen, dass Datenschutz eben kein Verhinderer ist, sondern weiterhin auch die Unternehmen, auch wenn es manchmal schwerfällt, weiterhin dranbleiben sollten, trotz dem europäischen Datenschutzrecht auch eben weiterzuentwickeln und sich weiter damit gedanklich zu befassen. Ja, ich glaube diese Mehr des Verhinderers, es ist wirklich gut, wenn die proaktiv angeht, merken wir ja auch in so einer täglichen Arbeit, dass das vielfach auch einfach nur wirklich ein Irrglaube ist, dem man über solche Maßnahmen natürlich wirklich gut bekämpfen kann. Ja. Und dann ganz druckfrisch habe ich mitbekommen, denn heute veröffentlicht vom Europäischen Datenschutzausschuss sind die neuen Richtlinienvorschläge zu den Haftungsregeln für künstliche Intelligenz. Also das ist ja ein Thema, das ja gerade aus der Datenschutzwelt auch nicht wegzudenken ist. Und es ist zwar noch kein verabschiedetes Papier, wie gesagt nur Vorschläge, die aber Teil des Maßnahmenpakets sind zur Unterstützung des Einsatzes von künstlicher Intelligenz in Europa. Also wer sich hier gerade mit befasst, macht auf jeden Fall Sinn, hier mal einen Blick reinzuwerfen. Wir packen die Papiere natürlich auch gerne hier in die Shownotes rein. Also im Papier geht es eigentlich eben darum, dass die Datenschutzbeauftragten eben gesetzgebende Organe aufrufen, dafür zu sorgen, dass auch Personen, die durch KI-Systeme Schaden erleiden werden oder vielleicht auch schon erlitten haben, auch eben ein entsprechendes Schutzniveau genießen können und das auch eben hier weiterhin auch Möglichkeiten gibt, dass die betroffenen Personen auch eben von ihren Rechten Gebrauch machen können. Also auch das, wie gesagt, packen wir gerade ganz frisch hier mit rein. So, das war es von meiner Seite. Ja, von meiner Seite auch. Sehr schön. Dann, ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, nochmal natürlich gerne auch zum Ende nochmal den Hinweis auf unser Webinar in knapp zwei Wochen, also Mittwoch in zwei Wochen. Freuen wir uns natürlich sehr über jeden, den wir dort begrüßen können. Sonst, lieber Gregor, danke dir hier für deine Unterstützung. Ja, wie immer. Hat sehr viel Spaß gemacht. Kann ich auch. Liebe Zuhörer und Zuhörer, danke für Ihr Ohr. Wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn wir Sie in der nächsten Woche wieder begrüßen dürfen. Bis dahin wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende, egal wo Sie unseren Podcast hören, sei es auf dem Weg zum Einkaufen oder ins Wochenende nach Feierabend. Viel Freude damit und bis zum nächsten Mal. Bis bald.